Damit gelangen wir zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6, über welche die Debatte unter einem Finanzminister Blümel und Gesundheitsminister Mückstein überlassen nun Regierungskollegen Karl Nehammer das Feld. Mückstein bleibt sitzen. Erster Redner wird sein Nikolaus Scherack von den Neos, er ist Demokratie- und Menschenrechtssprecher seiner Partei und der Vertreter im Innenausschuss. Das Verfassungsgesetz zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 1025 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Ich begrüße den Herrn Bundesminister Karl Nehammer im Hohen Haus.